So, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Weiter geht es mit der Cutscene, die wir letztes Mal unterbrochen haben und setzen diese fort. Spannende Musik rapunzel sure looks happy well her dreams gonna come true they're sending und die Lantern sind nach der Nacht. Cool! Wir wollen das nicht missbrauchen. Cloudhead! Hey, ist das eine Plaza am Ende der Straße? Aber eine Mega Potion geht. Bäm! So. Das hätten wir. Ja, wie gesagt, so langsam nähern wir uns den Sammelzielen. Kampfhörmer Plus und Uhrweckschild Plus. Ich brauche halt Fluorid und Mitriltropfen, da habe ich halt nur einen und ich brauche zwei. Um die Plus-Variante herzustellen. Uch. Foto-Motion, was ist diesmal? Wie gerne würde ich mal auf der Stadt festgubo? Murky würde gerne ein Foto vom Stadtfest sehen. Okay, kann ich ihm gerne machen. Mal der mit Stadtfest das hier. Ich denke, sie haben ein Festival. Ein Äther erhalten. Was haben wir denn hier unten am Steg? Ich wüsste dir, hier ist ein lucky Embalm. Wo denn? Hier ist erstmal eine Kiste. Hier im Wasser oder was? Kabeljau. Sehr aufregend. Ach schön. Keinem Harz in so einem Umfang. In so einer Grafik, das ist einfach atemberaubend. Okay, ein lucky Emblem hat er gesagt. Ach da, die Fässer. Mal sehen. Okay, das hatten wir. So, und der Murky wollte noch gerne ein Bild vom Stadtfest haben. Ja. Mal sehen, so hier die Passagen. Hier ist sicher ein schwieriges Ort. Ich habe ein paar Schellfische gefunden. Tastiestes Meal, das ich noch gemacht habe. Wo ist denn? Wo ist denn? Okay. Ich glaube, wir finden einige Ingenstände hier. Wo ist denn? Wo ist denn? Ingenstände hier. Was? Es ist für die letzte Prinzess. Oder? Ich hoffe, die letzte Prinzessin. Windeig. Ja. Hörglish. Oh. Wunderbar. Jö, was das? Wo ist denn? Komm schon, alle! Komm, tanzen mit uns! Dann drücke in den Lichtkreisen Vierheck, um mitzuklatschen. Drücke Dreieck, wenn du in der Nähe eines auffälligen Objektes bist, um besonderes Tanzmanöver auszuführen. Drücke Dreieck, wenn es verlangt wird, um alle in der Mitte zu versammeln und tanze mit Rapunzel. Achte auf die farbigen Lichtringe am Boden und streiche Bonuspunkte für deine Tanzkombination ein. Okay, ich versuch's. Ich bin wieder runter. Oh, ich hab dir gerade kackt. Der Filme ja da nur noch fast entschuldigt auf. My Frau Peltier hebert, wenn sie mir, ist, wie war es étantend? Ich nehme uns Gedanken und habe die falsiken Stoppe! Mist, ich krieg das nicht so gut hin. Drehen. Ah, da, Dreieck. Keep dancing! Ich muss mich hier in den Kreisen bewegen. Ich drücke Dreieck, um alle zum Tanzen zu animieren. Achso, ich muss das entsprechend drücken. Das ist so lustig! Das ist so lustig! Keep dancing! Keep dancing! Keep dancing! Hey! Das ist er mit der Stadtbevölkerung, alles klar. Aber ich will mit Rapunzel tanzen. Oh, verdammt. Du hast es geschafft! Ich tanze doch. Ich tanze wie ein großer Meister. So, einmal abgeben und einmal abgeben. Okay, X. Komm, das kriegen wir hin. Da ist es voll. Okay, wieder zum Tanzen animieren. Das ist so Spaß! Verdammt verkackt einen. Ich tanze! Du hast es geschafft! Das ist so Spaß! Zu den Böden! Magie Plus. Oh, was ein Tanz. Aber sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ich bin... Looking out a window for 18 years, dreaming about what it might feel like when those lights rise in the sky. What if it's not everything I dreamed it would be? It will be. And what if it is? What do I do then? Well, that's the good part, I guess. You get to go find a new dream. Oh, no. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. I have something for you, too. I should have given it to you before, but I was just scared. And the thing is, I'm not scared anymore. You know what I mean? I'm starting to. Hmm. 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 Das war's für heute. 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 Okay, alle kaputt. Das war's für heute. 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 Oh, 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 oh. I am the lost princess. Please speak up, Rapunzel. You know how I hate the mumbling. I am the lost princess, aren't I? Did I mumble, Mother? Or should I even call you that? Oh, Rapunzel. Do you even hear yourself? Why would you ask such a ridiculous question? It was you. It was all you. Everything I did was to protect you. I've spent my entire life hiding from people who would use me for my power. Rapunzel. When I should have been hiding from you. Where will you go? He won't be there for you. What did you do to him? That criminal's to be hanged for his crimes. No. No, no, it's all right. Listen to me. All of this is as it should be. No. You were wrong about the world. And you were wrong about me. And I will never let you use my hair again. You want me to be the bad guy? Fine. Now I'm the bad guy. Now I'm the bad guy. We don't know. We keep calling his name and shaking him. But he won't open his eyes. So, uh. Wake up. Hmm. Unresponsive sidekick. Wait a minute. I know how to fix this. Max. Give him a wash. Sarah! Sarah! Well, that did the trick. Nice work, Max. Huh? How did I end up... Oh no! Flynn! Rapunzel's being held prisoner! That's right. In her mother's tower. This calls for a rescue. Are you with me? Yeah! Let's go, Max. Whoa, 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 Max! We'll take it from here, Flynn. Go help Rapunzel! Thanks! Yeah! Genau, die niemanden überlassen wir uns. Yes! Enough already! Get out of our way! Afroya! Jetzt hauen wir die niemanden erstmal weg hier. Hier geht's! Ja! So weit! Ich weiß, was das ist! Zurück! Ja! Ja! Ha! Wollte eigentlich speichern, aber jetzt haben wir die Attacke aktiviert. Okay. Okay. Aber ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir erstmal einen Poison. Und ich sage euch schon mal danke sehr für's Zusehen bei KeenemHarts 3. In der nächsten Folge geht es darum, Rapunzel zu retten aus den Fängen ihrer Mutter und vor Malusha zu bewahren. Also dann bis zum nächsten Mal bei KeenemHarts 3.